Moin Freunde, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Wir haben von Infinity Ward einen nagelneuen winzigen Teaser-Trailer bekommen. Der geht 13 Sekunden oder 14 Sekunden gerade mal. Und eigentlich ist da, finde ich, überhaupt nichts Spannendes dran. Es ist einfach nur wie so ein Teaser, wo sie dafür Werbung machen, dass wenn ihr MB2 vorbestellt, dass ihr eine Woche vor allen anderen die Kampagne spielen könnt. Wir wissen ja bis heute noch nicht, ob man die ganze Kampagne spielen kann. Oder vielleicht nur die ersten 2, 3, 4 Missionen. Das wird sich dann zeigen. Auf jeden Fall könnt ihr eben, und ich finde es eigentlich ganz cool, eine Woche vorher die Kampagne beginnen. Aber in diesem Teaser-Trailer, den ich euch jetzt gleich zeigen werde... Cool an, Kaltel-Protection. Cool visual. Zero-Ted and copy. Danger close. Digitally pre-order Call of Duty Modern Warfare 2. And play the campaign up to a wee girl. Das ist der neue, die neue, das neue AC-130. Das heißt, das Kampfflugzeug, was wir in MB19 schon hatten, was in den alten MB-Teilen mit drin war, was ja auch ein bisschen Gunship, was es auch heutzutage wirklich gibt. Und da ist es ein bisschen verändert worden. Es sieht also moderner aus. Und ihr erinnert euch mit Sicherheit an die AC-130 von MB19. Da habt ihr ja drei verschiedene Varianten der Waffen im Prinzip gehabt. Ihr habt so eine, ich glaube, eine 25mm Kanone, eine 35mm Kanone und Raketen. Und so wie es jetzt aussieht, ist es so eine Art Tomahawk oder Laser-Guided Missile. Und zwar als einzige Waffenoption, die ihr dabei habt. Ich gehe davon aus, das ist aus der Kampagnenmission natürlich, deswegen machen sie dafür Werbung und Teaser. Ich gehe davon aus, dass wir relativ viele Killstreaks in MB2 dieses Jahr sehen werden, die wir schon kennen. Es aber anders ablaufen wird als in Vanguard, wo diese Idioten von Sledgehammer einfach nur 1 zu 1 die Streaks von WW2 in Vanguard reinkopiert haben. Mit dem selben Schaden, mit dem selben Sound, mit dem selben Aussehen, mit der selben Animation. Also da reden wir wirklich von 1 zu 1 kopiert. Das hat man gerade gesehen, als das Gunship rauskam. Das Gunship war 1 zu 1 dasselbe, mit allem gleich, wie es in WW2 war. Jetzt sieht es so aus, wenn man sich das genau anguckt in diesem Teaser-Trailer, dass das wirklich Laser-Guided Missiles sind. Was für mich so ein bisschen suggeriert, dass wir wirklich mit MB2, das überrascht jetzt keinen, im modernen Zeitalter angekommen sind. Aber auch wirklich aktuell und Laser-Guided Missiles, ihr seht das jetzt im Krieg in Ukraine und sonst wo, ist ja relativ normal mittlerweile. Es ist ja keine Zukunftsvision mehr. Und deswegen fand ich das eigentlich ganz cool, da einmal kurz drüber zu sprechen. Es gibt aktuell noch nicht mehr von diesen Teaser-Trailern, die jetzt super spannend sind, wo man sich was rausziehen kann. Aber jetzt am 15.09., das ist in 8 Tagen, wenn ihr das Video seht, schon in 7 oder 6 Tagen, sind wir so weit, dass das COD Next Event stattfindet. Und da wird MB2, der Multiplayer, von einigen Pro-Gamern und Content-Creatern gespielt. Da können wir das erste Mal wirklich was sehen. Und ein Tag später, der 16.09., beginnt für uns Playstation-Spieler schon die Beta. Irgendwie bin ich sehr froh darüber, weil Vanguard dann für mich erstmal, beziehungsweise sowieso vorbei, aber man braucht sich wirklich, man kann es einfach nach ganz hinten legen und sagen, gibt es gar nicht, hat es gar nicht gegeben. An der Stelle will ich euch ganz ehrlich sagen, Leute, dicker Tipp von mir, unten ist der Link zu MMUGA, eine geile Seite für Playstation-Guthaben und PC-Spiele und so. Wenn ihr Bock habt, vielleicht wollt ihr es nachher auf dem PC spielen, Old-Gen-Konsolen genauso wie New-Gen-Konsolen werden laut den Entwicklern, laut Tom Henderson und Charlie Intel, einen FOV-Slider haben. Ich gehe davon aus, dass die Playstation-4-Spieler dann mit 120 FOV und 20 FPS nur noch spielen werden. Anders kann ich mir nicht vorstellen, dass Warzone da irgendwie anders darstellbar möglich ist. Aber wenn ihr jetzt sagt, PS5 habe ich und eine Xbox und ich will ein Multiplayer auf der Konsole spielen und ihr wollt vielleicht auf der Xbox nachher spielen, aber trotzdem auf der Playstation, weil ihr auch eine habt, irgendwie schon mal vorspielen oder sonst was. Ihr könnt einen Playstation-Code bei MMUGA kaufen für 3 Euro oder das Game für Cross-Gen-Bundle kostet 69 Euro und auf Battle.net kostet das ganze Game 59 Euro, glaube ich. Battle.net ist irgendwie, oder auf Steam könnt ihr es auch machen, da wird es auch nachher bei den Launcher gestartet. Kostet irgendwie 10 Euro weniger. Die Cross-Gen-Edition ist die einzige Edition, die ihr auf der Playstation bekommt, es sei denn in der Devolt-Edition für 100 Euro, vielleicht zahlt ihr 30 Euro zusätzlich einfach nur für extra Material, also wirklich nichts Besonderes. Bin gespannt, wie es nächste Woche aussieht. Ich freue mich sehr drauf, wenn ich solche Streaks sehe und ich finde als Spieler, Streaks in dem Multiplayer sind fast eins der wichtigsten Sachen. Wenn ich auf eine schöne Streak gehe und mit Killstreaks spiele, dann soll es auf der Karte richtig scheppern, dann soll es Fun machen. Und solche Streaks, wie wir sie jetzt in Vanguard hatten, ist einfach absolut langweilig und trägt einfach dazu bei, dass man kein Interesse daran hat. Ich bin sehr gespannt, schreibt gerne in die Kommentare, was ihr von der neuen Killstreak haltet, wenn man es so nennen will. Und sehr, sehr gerne Like und Abo dalassen, würde mich riesig darüber freuen und unterstützt mich dabei, weiter groß zu werden. Danke Leute!